Guten Abend zu Song at Home 384. Willkommen im Song at Home Studio. Heute ist so ein bisschen Lazy Day. Ja, die Katz liegt entspannt auf dem Sofa, guckt mich an. Ja, und ich habe heute eigentlich überhaupt keine Lust, irgendwie Nachrichten zu schauen, denn die News sind keine Good News, sondern eher im Gegenteil. Musikalisch bleibe ich aber trotzdem dran. Ich erflehe heute gewissermaßen himmlischen Beistand und zwar von Jesus persönlich. Personal Jesus von Deepish Mut heute als Song at Home 384. Für euch viel Vergnügen. Personal Jesus. Someone to hear your breath. Someone to kiss. Your own personal Jesus. Someone to hear your breath. Someone to death. Musikalisch. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, ambient Achtung!